Yes, so ladies and gentlemen, boys and girls, was geht ab? Ich bin's Baschkix für euch im Start mit einem neuen, freshen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich also wie immer mega, dass ihr eingestellt habt, denn wie ihr im Hintergrund unschwer erkennen könnt, habe ich zwei Yeezy Slides Slate Grey eingetütet. Ein paar ist definitiv personal und was ich mit dem anderen paar mache, erfahrt ihr, wenn ihr bis zum Ende dranbleibt. Ich würde sagen, let's slide! Ja Leute, das war mittlerweile die dritte Woche, wo Yeezys gedroppt worden sind und zwar nicht zu wenige. Ich hatte mal wieder das Glück, dass ich zwei Yeezy Slides Slate Grey eingetütet habe. Sehr, sehr schade, dass ich bis heute in der ersten Woche leider nicht den Bone bekommen habe, denn das wäre mal eine gute Alternative zu den ganzen anderen, die gedroppt worden sind. Denn ihr wisst Bescheid, die Colorways sahen sich auf den Fotos echt schon verdammt ähnlich. Leute, in die Kommentare, wenn ich falsch liege. Es hat angefangen mit dem Onyx, dann mit dem Slate Marine und jetzt noch mit dem Slate Slate Grey. Ey, ich meine, alle sehen wirklich ziemlich, ziemlich ähnlich. Ja, sie sind unterschiedlich, aber sie sehen sich doch recht ähnlich. Ich meine, der Onyx ist derjenige, der sich total absetzt von denen. Er ist sehr, sehr dunkel, aber der Yeezy Slides Slate Marine und der Yeezy Slides Slate Grey hand aufs Herz, Leute. Im direkten Vergleich sieht man es, aber es ist teilweise so, wenn ich hier mal irgendwie aus meinem Sneaker-Room rausgehe und irgendwie dann so in meine Sneaker-Wall blicke, denn Leute, ich weiß nicht, ob da oben gerade der Slate Slate Grey liegt oder ob da der Marine liegt. Wirklich jetzt. Also man hätte von diesen ganzen Colorways, die noch gedroppt werden sollten, echt so ein paar coole Amix-Dinger raushauen sollen. Wenn irgendwie irgendwas anderes und ein paar helle Slides oder was ist mit dem Glow? Ich warte immer noch, dass der Glow nochmal gerestockt wird. Man munkelt irgendwas mit 29. Leute, ich kann euch nicht ganz genau sagen, was jetzt auf der Confirmed-App noch passiert. Auf jeden Fall habe ich gehört, dass noch irgendwas passieren soll. Ob das jetzt bis Ende der Woche nochmal passieren soll, dass man sich dann da eintragen kann oder ob das dann erst tatsächlich nächste Woche passiert, ich weiß es nicht. Momentan habt ihr ja noch die Möglichkeit, euch auf der Confirmed-App auf verschiedene Paare noch einzutragen. Der Stock war doch höher als gedacht. Es hieß, dass der Static natürlich auch sehr, sehr, sehr limitiert sein soll und man zuschlagen sollte und man kann den immer noch bekommen. Teilweise schlummert er jetzt auch noch bei Snipes rum. Deswegen, wer noch kein 350 eingetütet hat, der hat jetzt immer noch die Möglichkeit, das bei dem Static zu machen und ihr macht definitiv bei dem Static auch nichts falsch. Deswegen ein gern gesehener Gast im Hause, 350 V2 an der Stelle. Machen wir weiter mit den Yeezy Slide Slate Grey. Es ist auf jeden Fall ein sehr bequemer, sehr, 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 sehr bequemer Slide, denn ihr wisst, ich bin Team Slide und nicht Team Foamrunner. Nichtsdestotrotz habe ich meine Kollegen darauf angesetzt, mir so viel wie möglich zu catchen und deswegen kann ich bis dato, aufgepasst Leute, jetzt schon mal sicher sagen, dass wir zum Verschenken, zum Giveaway, wie auch immer zum Gewinnspiel, je nachdem was ich mir am Ende des Yeezy Month einfallen lasse, haben wir definitiv schon mal einen Yeezy Slide Slate Grey über und Leute, wir haben einen Foamrunner über. Das wird nämlich auch so, das Gewinnspiel, ich hoffe, es kommt noch nächste Woche, diese Woche ein weiteres Paar Foamrunner oder Slide dazu, denn wäre das Ganze noch ein bisschen krasser aufgebaut und dann ist auch hoffentlich ein Platz 3 dabei. Ansonsten muss ich mir irgendwas einfallen lassen, 1 und 2 ist schon mal fest, ihr wisst, im letzten Gewinnspiel von mir gab es zwei Slides zu gewinnen und zwar einmal den Azur und den Onyx, glaube ich, ich glaube, so war das irgendwie. Und ja, deswegen ist das jetzt nochmal eine coole Alternative auch für meine Foamrunner Community, denn es gibt natürlich auch sehr viele Leute von euch da draußen, ich weiß Bescheid, die mega geisteskrank auf die Foamrunner abfahren. Leute, ich werde gucken, was die nächste Woche noch so bringt, die kommende Woche bringt und dann werde ich definitiv ein Gewinnspiel starten. Also Leute, Faustformel Nummer 1 ist, diesen Kanal hier zu abonnieren und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann solltet ihr das jetzt machen, um definitiv am Gewinnspiel daran teilzunehmen, denn das ist die erste Voraussetzung, die ihr machen müsst, um am Gewinnspiel daran teilzunehmen, meinen YouTube Channel hier folgen. Checkt mich nebenbei auch auf Instagram ab, Leute, denn da werde ich dann über die Story auch noch mehr anhauen und dann seid ihr immer up to date, wann das Gewinnspiel losgeht, da teaser ich dann alles an, wie die Vorbereitung läuft, was für Schuhe jetzt im Endeffekt denn es wirklich auf Platz 1, 2 und 3 geschafft haben und wie denn das ganze Gewinnspiel ablaufen wird. Deswegen ist es auch vom Vorteil, wenn ihr ab und zu mal auf meinem Instagram-Kanal vorbeischaut. Leute, kommen wir noch ein bisschen zum Yeezy Slide Slate Grey. Es ist ein softer, 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 softer Sneaker und ich feiere ihn brutal, er ist mega weich. Ich habe den ganzen Hasen eine ganze Nummer größer genommen, das solltet ihr definitiv auch tun. Ihr wisst Bescheid, Yeezys und ihre Größen sind eine komplette Wissenschaft für sich. Ich kann euch da leider nicht sagen, ob breit, ob hoch, ob spannflach ist, das muss jeder so ein bisschen für sich selber rauskristallisieren. Ich habe das immer so gemacht, ich bin eine halbe Size abgegangen, bin ich damit aufs Maul gefallen, habe ich eine ganze Nummer größer genommen. Und das habe ich definitiv bei den Slides gemacht, weil ich mir gedacht habe, who cares Leute, wenn der jetzt ein bisschen zu groß ist, ist es mal besser zu groß als zu klein, ihr wisst, wovon ich rede. Ja Leute, und damit bin ich dann auch ganz gut gefahren, deswegen kann ich euch nur sagen, der Yeezy Slide definitiv immer eine ganze Nummer größer, das solltet ihr bei allen anderen machen. Auch wenn die jetzt angeblich irgendwas an irgendwelchen Materialien geändert haben. Der eine sagt, man braucht zwei Nummern größer, ey Leute, zwei Nummern größer, das müsste ich mir gerne mal angucken, dass einer zwei Nummern größer genommen hat. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie das bei den Foamrunnern ist, ich bin von Haus aus bei den Foamrunnern auch eine ganze Nummer größer gegangen. Aber, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das wird in den kommenden Tagen auch noch passieren. Und zwar mache ich mich gerade privat mit den Foamrunnern unterwegs, Leute. Tatsächlich, der Typ, der immer sagt, dass er Team Slide ist, macht sich gerade im Alltag unterwegs auf Foamrunnern. Und wie mein Ergebnis demnächst ausfällt, das erfahrt ihr denn definitiv auch hier auf meinem Kanal, wo ich denn mal so ein Review mache, nachdem ich die ganze Zeit meinen Foamrunnern getragen habe. Leute, schreibt mir in die Kommentare, wie eure Ausbeute bis jetzt war. Ich habe gesehen, der ein oder andere hat geisteskranke Ausbeuten gemacht. Noch mehr als ich, ich meine, ich bin jetzt schon fast bei allen Yeezys dabei gewesen, aber Leute haben mir geschrieben, teilweise da dreimal den Granit, zweimal den Foamrunner, x-mal den und den. Also krasse, krasse Ausbeute. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr die Sneaker alle selber tragt oder ob ihr ein bisschen Cashflow generiert und die Sneaker sogar verkauft. Würde mich mega interessieren. Leute, checkt auf jeden Fall ein weiteres Video hier ab, damit ihr nichts verpasst und abonniert an der Stelle auch meinen Kanal. Da würde ich mich definitiv safe drüber freuen, Leute. Und dann bleibt ihr immer auf den Laufenden. Also Leute, stay tuned, bleibt im Flieg, passt auf euch auf, haut da rein, euer Baschkix. Peace.